Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Ambrüs Redmond Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Henri Fort Die Liebe ist der einzige Schlüssel, der die Tore der Unendlichkeit öffnet. Chido Krishnamurti Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit, das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich vor ihr fürchten. George Bernadio Wissen ist Macht Information ist befreiend Bildung ist das Fundament für Fortschritt In jeder Gesellschaft, in jeder Familie Kofi Annan Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab Markus Aurelius Die Zeit ist das, was wir am meisten wollen, aber was wir am schlechtesten nutzen William Penn Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020